Jo! Ha! Wir sind live on air. Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland, 9.16 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart. Und heute sind wir wieder auf dem Weg in Richtung Zukunft. Warum es wichtig ist, sich Träume im Leben zu machen, sich Ziele zu erkochen, auszuerwählen und diese Ziele dann auch mit einem Plan zu verfolgen. Und genau aus diesem Grund habe ich heute zwei wunderschöne Frauen mit in meinem Auto dabei. Und gemeinsam sind wir zu dritt und fahren gerade in Richtung Stuttgart ins Dorinthotel. Das hört sich alles so zweideutig an, nicht wahr? Aber wir fahren da nur wegen einem bestimmten Zweck hin. Nämlich ganz genau, richtig, ihr habt es erfasst. Es geht nur um dieses eine. Und das Wichtigste in unserem Leben, nämlich die Liebe. Die Liebe zum Leben. Wir wollen uns weiterentwickeln und werden mit BNI uns unsere sogenannte Partner-Direktoren-Ausbildung antreten. Und hier mit insgesamt 13 weiteren Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, den Tag verbringen. Und an dieser Stelle werde ich jetzt mein Wort übergeben. Und einmal darf sich die Beate selbst vorstellen und die Carina kommt dann im Anschluss. Und lasst euch mal verzaubern von deren Intentionen und deren Machenschaften, warum sie gerne heute zu PDI-Ausbildung nach Stuttgart fahren. Viel Spaß. Hallo, ich bin Beatty Tran von Savo. Savo, das ist Zeit für Schweben. Ich fahre heute zum BNI-Direktor-Training, weil ich die BNI-Strukturen besser kennenlernen will. Und weil ich sie besser in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Beruf integrieren möchte. Dankeschön. Carina, du bist da. Fortsetzen. Wir sind live. Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, es ist einfach sensationell, neue Leute kennenzulernen. Unternehmer, die auch mal an dem Punkt standen, wie man selber einfach in der Gründungsphase und neuen Input zu bekommen, wie man einfach erfolgreicher in die Zukunft starten kann und auch sein Netzwerk erweitern kann und einfach aus den Erfahrungen der älteren, reiferen Leute zu lernen. Das ist das Hauptziel, warum ich mich heute früh um 7 Uhr mit meinen lieben Kollegen getroffen habe. Spannende Zeiten, sage ich dazu nur. Echt cool, was ich da alles hören darf. Und ich freue mich ebenfalls, jetzt die nächsten drei Tage mit euch zwei, Carina, Beate, und mit den weiteren Teilnehmern dieser PD, Partner-Direktoren-Ausbildung im Modul 1, verbringen zu dürfen, um hier das Gewerbe- und das Ingenieurbüro Tarnay und das Unternehmen Tarnay weiter voranzubringen, weitere Netzwerke zu knüpfen und die Liebe zum Leben weiter zu leben, um zu lieben. In diesem Sinne, Carpe Diem, lebt das Leben und hört niemals auf zu lieben. Ciao!